Oh nein! Oh du bist ja gemeingefährlich! Hallo ihr Lieben! Hallo ihr Lieben! Wir sind im Playmobil Fun Park. Wir sind gerade angekommen, es ist schon halb eins. Wir hatten eine ewig lange Autobahnfahrt und Ava hat sich übergeben. Ja, gerade als wir angehalten haben. Krank Playmobil Land. Oh Mann, bist doch immer noch ganz blass, gell? Aber wir haben nämlich die Hanna und die Sandra dabei und haben gesagt, wir versuchen es jetzt wenigstens mal. Und du sagst es dir geht es schon wieder gut? Wir gehen jetzt erstmal was essen und dann geht es los. Und jetzt müssen wir erst noch mal durch die Kassen. Ich bin die Prinzessin, nicht du! Wir sind jetzt hier im Eingangsbereich. Hier sind wir bei der Prinzessin und bei dem Prinzen. Die Mädels. Du bist verliebt in den Prinzen. Die Prinzessin wird denen nicht von der Seite weichen. Glaube ich nicht. Streit mit der Prinzessin. Hier sind noch Piraten und dann geht es rein. Die Hanna läuft schon mit dem Plan weg. Wir sind immer noch im Eingangsbereich. Wir sind noch gar nicht weit gekommen. Wir sind ja jetzt direkt um die Mittagszeit angekommen und jetzt gibt es hier erstmal was zu futtern. Sieht es interessant aus hier? Hanna trägt ihr Tablett auf dem Kopf. Ey, war jetzt auch. So, dann wollen wir mal gucken, was es gibt. Stell dich mal an. Magst du Nuggets oder Würstchen? Das ist Pommes und Nuggets. Pommes und Nuggets? Okay. Hier ist unser Essen. Da kommt die Sandra mit dem Essen. Guckuck. Die Mädels haben Pommes und Chicken Nuggets und guck mal, was ihr gekriegt habt. So ein Blind Bag. Hier sind jetzt lauter kleine Spielhäuser und wir können euch das noch nicht mal richtig zeigen, weil hier so viele Kinder rumwuseln. Überall stehen so Figuren rum. Ava und Hanna betrachten hier gerade die Autos. Hanna hat einen Ritter auf dem Pferd gefunden und Ava ist direkt hinterher. Versuchst du hochzuklettern? Geht das überhaupt? Hältst du seine Hand? Zumindest hat der keine Prinzessin, die du vertreiben musst. Ich puppel. Du puppelst dem in der Nase, na toll. Oh nein. Ich hatte mir schon Gedanken gemacht, dass es ihm nicht gut geht, aber es war scheinbar nur vom Autofahren. Und jetzt auch noch gleich Pommes drauf. Ein Kind, das gerade getroffen hat, aber was soll's. Ich habe ein Schwert. Sie hat ein Schwert? Ja. Also es scheint alles zu sein. Ich hatte mir vorhin echt Gedanken gemacht. Wir haben schon ganz viele von euch getroffen. An dieser Stelle auch ein großes Hallo an alle, die uns begrüßt haben. Es ist schön, so viele Zuschauer auch zu treffen. Haben wir ja auch nicht oft, dass wir so viele von euch dann treffen. Und es ist so schwer zu filmen, weil hier halt so viel los ist. Ja. Deswegen seht ihr jetzt das für unser Gesicht. Hier ist jetzt ein Wasserspielplatz und wir haben gerade mal 13 Grad. Mal gucken, wie nass oder trocken die Kids hier rauskommen. Oh. Hier kann man natürlich toll klettern. Ein riesen Wasserfall. Oh. Jetzt laufen die unter dem Wasserfall durch. Hilfe. Hat aber gut geklappt bisher. Die sind unter dem Wasserfall durch, ohne sich nass zu machen. Letzte Woche war es noch so warm und diese Woche ist es jetzt leider so kalt. Die Kinder suchen jetzt, was sie als nächstes machen. Und hier können sie Pferde striegeln. Darf man sich hier auch raufsetzen oder nur striegeln? Ich glaube, da darf man sie auch draufsetzen. Dann darf man aber nicht so viel Wasser vorher drauf geben. Pferdepflege, Ava. Kühe. Ja. Sollen wir mal zu den Kühen? Hier kann man jetzt Kühe melken. Wie melkt man sie? Und Klapp. Muss man da dran drehen. Kana ist auch dabei. Hier muss man unbedingt gestriegelt werden. Das ist hier. Harte Arbeit, ne? Im Playmobil Park. Oh nein. Wie nicht, dass du noch mal brechen musst. Oh nein. Und da oben ist wie so ein Vogelhaus. Und jetzt? Hier ist ein riesen Wasserspielplatz. Da könnt ihr Gold schürfen und richtig trocken bleiben. Haben wir gerade gelernt. Da stehen Zebras rum. Wir sind jetzt kleine Zwerge. Die schürfen Gold. Wir wollen nicht nass werden. Da vorne ist die Westernstadt. Inklusive kleiner Schweinchen. Old MacDonald Park. Wir können die Kinder richtig im wilden Westen abdüsen. Na klar, wenn du hochkommst. Paula 1 war eine Kuh, oder? Ja. Bei Ava heißen alle Paula. Aber jetzt müssen wir noch gucken, wo ihr Gold schürfen könnt, Ava, hier in der Westernstadt. Oh nein. Oh, du bist ja gemeingefährlich. Hier ist jetzt eine Goldmine. Und die Kinder werden jetzt noch ein bisschen Gold graben. Jetzt müssen wir nur erst wieder Hannah und Sandra finden. Oh, dich so mit. Geier und allem. Nichts drin außer Sand. Oh nein. Ich glaube, man muss hier einfach so im Sand wühlen. Hanna schürft im Sand. Ava schürft jetzt auch fleißig nach Gold. Cool, hast du schon welches gefunden, Hanna? Die Ava muss erst noch graben. Da hinten ist noch ein Stollen mit Dynamit. Hier oben ein Saloon Hotel. Der Golden Nugget. Und, oh, Western Food and Drinks. Da gibt es noch mal was zu essen. Hanna, du bist richtig reich. Ich auch. Du auch, Ava? Wow, stimmt. Du hast da auch richtige Goldstücke drin. Cool. Und hier ist jetzt noch Avas Ausbeute. Hanna hatte zwar schon ein bisschen mehr, aber die gräbt auch schon länger. Ava, du musst dich anstrengen. Du hast schon noch mal mehr. Wow, nicht, dass du abhebst. Und mehr Wasser. Wasser Marsch. Kinder sind jetzt hier an der Ritterburg und klettern hoch. Ava, hoch hinaus. Wir nicht. Nein, wir nicht. Wir gucken zu. Ava, schon oben. Ja. Und wir sind jetzt hier in der Ritterburg drinnen. Es sieht richtig stark aus. Na, bist du weggesperrt? Ich habe mich eingesperrt. Oh nein. Ach du Arme. Die Mädchen werden jetzt hier auch eingesperrt. Oh nein. Nein. Wer will jetzt uns aus? Nein. Erst müsst ihr mir Geld geben. Wo ist euer Gold von vorhin? Sie ist ausgebrochen. Sie ist aus dem Gefängnis ausgebrochen. Jetzt bin ich die Königin. Oh, sogar eine beleuchtete Königin. Oh, das war aber kurz. Das ist lecker. Das war alles. Guckt euch mal dieses Gesicht an. Ein Gefängnis von dir. Nein. Doch. Nein. Oh, und jetzt da langt. Da ist auch irgendwie eine Fallvorrichtung. Oder eine Klettervorrichtung. Besser ist es. Nein, nein, nein. Achso, den Schal. Ja. Ein erneuter Kletterversuch. Und da hält ein Kerl Ausschau, das auch alles mit rechten Dingen zugeht. Mal gucken, ob wir sie gleich sehen, die Ava. Wüssten wir ja eigentlich. Zehn Stunden später ist das Kind immer noch nicht drin. Willst du den umschmeißen? Und hier ist jetzt so eine Zugbrücke, die ins Schloss reingeht, in die Litterburg. Und du hast die Hanna verloren? Ja. Krank und einsam im Playmobil-Land. Oh. Dabei bist du weder krank noch einsam, gell? Ja. Kann man da drunter durch? Nee, ne? Meine Haare sind total chaotisch, aber da kann man jetzt nichts machen. Die müssen wir einfach mal so lassen. Ich habe Avas Schal. Oh, Ava geht ins Verlies, glaube ich. Fast wäre sie weg gewesen. Ich hätte nicht gewusst, wohin. Hier ist sie runtergeklettert. Stellt euch mal vor, ich hätte das nicht mitgekriegt. Ava, kannst du da auch bitte wieder hochkommen? Ava? Hm. Hm. Jetzt ist sie weg. Müssen wir überlegen. Kletter ich da auch unten rein? Oder hoffe ich, dass ich sie wieder... Oh! Oh, da seid ihr! Ich dachte, ich hätte dich für immer verloren. Da kommt ja noch eine Mama rausgeklettert. Jetzt gehen die beiden Mädels da nochmal rein. Tschüss! Ihr Lieben, ich bin hier oben. Ich bin nämlich ein Bandütsch. Und die Hannah ist mit mir dabei. Komm! Erstmal zeige ich den Zustand an dem Weg, okay? Ja. Wir kommen an hier durch. Und dann sind da die Erwachsenen. Und jetzt zeige ich euch den anderen Weg. Komm! Oh! Oh! Ein Geistchen! Oh! Dann sehen sie ihre Mutter nicht mehr. Wirklich? Wenn ihre Mutter wacht. Oh! Unsere Mutter, aber sie uns nicht. Schnell! Oh! Scheibenbleiter! Da flitzt sie weg. Ey, guck mal wer da steht. Ein ganz hübscher. Der hat keine Prinzessin dabei. Der wär doch was für dich, oder? Oh! Oh! Die Kinder stehen an, um sich gefangen nehmen zu lassen. Das habe ich auch noch nie irgendwo gesehen. Normalerweise rennen die Kinder dann weg. Hannah liegt in Ketten. Oh nein! Oh! Niemals! Erst wenn sie mir alles Gold geben, das sie haben. Jede. Ach, das habe ich ihnen ja schon abgenommen, das Gold. Ja, dann müssen sie hier die Nacht ausharren. Oh! Auf zauberhafte Art und Weise. Hanna steht schon an. Die Ava könnt ihr hier nur mit der Jacke sehen, weil hier so viele andere Leute sitzen. Ja, das ist ja. Bitteschön. Wow, ey, wie. Wow, da ist es richtig warm vom Feuer. Und Ava füttert jetzt ihr selbstgemachtes Stockbrot und die Hanna auch. Schmeckt's euch denn? Und die Kids haben die nächste Attraktion entdeckt. Ist anstrengend, ne? Hanna, lässt du dich berennen? Hanna ist und Ava muss arbeiten. Und Ava erklimmt das jetzt hier wieder, damit sie wieder rutschen kann. Und die Ava rutscht da jetzt. Jawoll! Wir brauchen hier eine neue Stärkung. Sandra und Hanna holen Krepp und Ava wollte lieber ein Eis. Eis ist besser als Krepp. Ist auf jeden Fall erfrischender. Was ist da? Zauberhafte Feenland! Auf zum zauberhaften Feenland! So, da ist das zauberhafte Feenland. Das ist natürlich genau das Richtige für unsere kleinen Prinzessinnen. Alles wo man klettern kann, ist die Ava schwer dabei. Such die Einhörner, Ava! Einhörner, Ahoi! Welches Einhorn ist deins? Das gelbe? Die hat ein goldenes Horn. Cool! Und da ist eine Fee. Ach, wie schön! Wie hast du die jetzt genannt? Sahne. Sahne, la la. Mensch, die haben ja alle interessante Namen. Das hier ist Sahne, Mama. Okay. Die hat aber kein goldenes Horn wie die andere. Ach, doch stimmt. Mensch, ich bin ja blind. Silber hinter dir. Stimmt. Was ist das? Das sind Muscheln. Und da kommt Wasser raus. Und da ist noch eine tolle Fee. Und am Ende landen wir immer da, wo man klettern kann. Wieder zurück zum Anfang. Dahinten läuft die Sandra mit der Hannah. Die erkunden jetzt auch. Weil die Mädchen nicht brav waren, gehen wir jetzt zur Polizei. Haha! Da spazieren sie lang. Die werden jetzt verhaftet. Ich mache natürlich nur Quatsch. Die waren super brav, die Kids. Die können jetzt hier nochmal Auto fahren. Dafür müssen die aber in eine Schlange. Und da kann ich jetzt leider nicht mitfilmen, glaube ich. Wenn hier so viele Kinder unterwegs sind. Ja. Keinen Bart. Auch unten keinen. Ja, so. Oh, er hatte zwei Münder. Nein, das ist ein Kinn. Ach, das ist ein Kinn. Oh, okay. Er hatte fröhliche Augen, weil er... Ja, genau so. Und er hat dicke Augenbrauen. Ja, das kommt hin. Und er hatte schwarze Haare. Ja. Nein, er hatte blonde Haare. So. Hab mich getäuscht. Ah, so sah er aus. Ja. Die Ava ist jetzt hier noch auf dem Spielplatz. Und Hanna ist tatsächlich mal Auto fahren. Da hat der Ava irgendwie keine Lust drauf. Wir müssen jetzt nochmal zurück zur Sandra und zur Hanna Ava. Sonst finden die uns nicht mehr. Okay. Ja, los. Besetzt. Weiterschuppen. Ne, du schaffst es selbst. Doch. Na, ich sehe es doch. Du schuppst dich selbst an. Die Hanna hat uns wieder gefunden und schaukelt jetzt auch mit. Weiterschuppen. Na klar. Oh, Hilfe. Durch die Kamera sieht man so schlecht. Voll daneben gegriffen. Ah. Ua. Sandra richtet es zum Glück. Und es ist hoch genug. Guckt euch die verrückten Mädels mal an. Gleich kommen ein paar Mücken und dann... Ja. Proteinzulage. Auf Instagram gibt es übrigens auch die Verlösung für den Playmobil Fun Park. Da haben wir Freikarten für euch. Da müsst ihr uns mal auf Instagram folgen auf Ava und Jade. Inklusive Haselohr. Ava sabotiert hier. Wir versuchen zu filmen. Genau. Wir hoffen, dass euch unser Wege feinert. Vergesst nicht, uns einen Daumen nach oben da zu lassen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit uns im Playmobil Fun Park und wir sehen euch dann. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss. Hier geht die Post ab.